Hallo, ein fröhliches neues Jahr wünsche ich euch und ich heiße euch willkommen zurück zu Anuf 1404. Mein Schiff müsste auf dem Weg sein zu Richard, um mir so ein paar Sachen zu verscherbeln. Ist der denn hier? Oder hatte ich das schon verkauft? Wohlbehalten an ihr Ziel gebracht. Gut, jetzt schmeiße ich aber erstmal diese Waren raus. Das gibt immerhin satte 4000 Goldstücke. Einnahmen sind bei 700. Dann kralle ich mir jetzt erstmal noch ein paar Bürger. Das Gewitter ist vorüber. Noch nie war das Leben so schön, findet ihr nicht? Wo ist der Handwerker? Ist das der hier? Wie war das? Doppelklick, ne? Nein, verdammt. Wie war das nochmal mit dem... Das hat mir auch der David schön extra nochmal geschrieben, wie das ging. Was ist denn das? Ein Bürgerhaus? Nee, ich will den Handwerker. Da! Doppelklick, ne? Ja, genau. Ja, dann haue ich hier oben auch einen Zimmermann schon mal hin. Ähm... Vielleicht hier so? Feuer wütet in ihrer Siedlung. Ach, nee. Zwischen zwei Mitspielern herrscht Krieg. Kriegen die das hin hier? Naja, ich haue hier mal vorsichtshalber eine Feuerwehr hin. Ich will nicht riskieren, dass sich das wieder ausbreitet. Doppelklick. So, das ist alles nicht abgedeckt. Ja, ich haue die mal hier so hin. Bam. Okay. Ihr dürft gerne aufsteigen. Ich brauche mir Einnahmen. Und ich brauche ja nur Fisch und Most, um euch zu versorgen. Und Gewürze. Ähm... So geht es euch denn gut? Nee, ihr habt keine Kirche. Hm. Ich wollte ja auch noch eine zweite Kirche bauen. Die war zu teuer. Jetzt müsste ich eigentlich die Kohle haben. Wenn ich die hier so hinsetze... Habe ich da eine Dolly-Uerschneidung? Ja, doch schon. Okay, ich muss eigentlich nur das hier noch irgendwie mit reinkriegen. Kriegen wir das irgendwie hin? Da ist Verschwendung. Ja, wenn ich es so bauen würde, würde es Sinn machen, ne? Wenn ich sie da hinsetze... Da habe ich nur eine leichte Überschneidung. So mache ich es. Zack. Die Kirche. Pam. Ähm... So, und die kann ich ein bisschen weiter nach außen setzen. Moment. Genau, die kann ich jetzt so ein Stück nach hier setzen. Ah, da habe ich die da unten nicht nur drin, oder? Moment. So passt es ungefähr. Du kriegst einen Handelsvertrag? Sehr gerne. Ja, und jetzt sehen wir hier überall die Pfeilchen. Die wollen alle aufsteigen. Ist das eine Feuerwehr? Ja, nee. Das ist die Kirche. Okay, die kann natürlich jetzt weg. Und wird ersetzt durch Häuser. Und auch hier werde ich natürlich jetzt... ...die Häuser noch nachsetzen, die ich... ...für die Kirche opfern musste. So. Damit bin ich auch hier ein bisschen mit dem Stadtausbau vorangekommen. Ja, ich brauche mir einen Namen. Wie sieht es mit Most aus? Steigt. Fische sind auch stabil. Kleider könnten jetzt vielleicht wieder runtergehen. Äh, Gewürze sind... ...ist schwierig einzuschätzen. Ja, wir haben zwei... ...wir haben zwei Schiffe. Die würde ich natürlich gerne auch mal ersetzen. Demnächst durch große Handelsschiffe. Äh, wie groß sind denn die Lagerkapazitäten hier auf meiner Insel? Ja, sieht alles gut aus. Ähm... Und ich habe überlegt, dass ich die Gewürzproduktion auch hierhin auslager. Ähm... Und hier wirklich nun die Grundproduktion dann für das... ...für das Dorf hier, Dick, ähm... ...drauf setze. Jetzt haue ich hier erstmal noch ein paar Dörfer hin. Ein paar Häuschen hin. Zack, auch das wird die Einnahmesituation ein wenig verbessern. Sehr schön. Ich habe ja auch zwei Dattelplantagen. Das müsste eigentlich alles hinkommen. Okay. Gut. Ähm... Also hier, ich brauche endlich die Farbstoffe. Da sind sie. Ich brauche 100 rum und die habe ich auch. Wunderbar. Jetzt kann ich anfangen, die Buchproduktion zu starten. Ah, ist ein bisschen angeschlagen. Ich müsste jetzt hier auch mal... Du könntest dir bei den Korsaren einen Namen machen. Begeben sie zum Konter von Hassan. Nein, danke. Da ist die Neptun. Begebt dich mal bitte zu Isair. Und lad die Farbstoffe aus. Auf. Und, ähm... Dann kann es endlich mit der Buchproduktion losgehen. Und dann werden wir auch... ...hoffentlich, äh... ...dieser Folge vielleicht noch die ersten Patrizier... ...ähm... ...in unserem Dorf begrüßen können. Ich wusste immer, dass ihr diese Stadt zu Wohlstand führen würdet. Habe ich hier die... Ja, hier habe ich auch die Steinstraßen. So. Das auch noch vervollständigen. Hier die Straße ein bisschen ausbauen. Aber ich werde jetzt mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen... ...Steine in der Hinterhand behalte. Und die lasse ich jetzt auch alle aufsteigen. Ich muss vorankommen. Das kostet Holz und... ...ähm... ...Werkzeug. Und davon habe ich nur Walig genug. Zack. Dass es auch da vorangeht. Ich will nur erstmal keine weiteren Patrizier. Denn solange ich hier nur Bürger... ...aufsteigen lasse... ...muss ich mich nämlich nur um... ...ähm... ...Most, Hanf, Fische und Gewürze kümmern. Und muss die andere Produktion nicht nachziehen. Ich habe aber noch im Hinterkopf... ...dass ich ein bisschen mehr Bier noch brauche. Ja. So sieht es aus. Dann werde ich auch diese Produktion jetzt nochmal ausweiten. Ähm... ...mindestens zwei weitere Produktionsketten. Eigentlich sogar drei, würde ich sagen. Hm. So. Eigentlich würde ich sogar gerne drei bauen. ...ja, es ist immer ein... ...ach verdammt. Du wirst es verschmelzen. Hat sich gepennt. Ja, der bringt noch ein bisschen... Was hat der gebraucht? Nee, der hat so was abgekauft. Moment. Das will ich natürlich hier wieder in einem Curry haben. So. So. Immer zwei Betriebe. So. Einmal. So, packst du das hier noch. Ich gebe dich... Ich würde dich gerne aufrüsten. Mir fehlt leider das Holz. Ach, verdammt. Ich bräuchte jetzt einfach mal ein zweites Schiff. Damit ich hier... ...also nicht für eine Handelsroute, sondern... ...mit denen ich einfach so ein bisschen rumgurken kann. ...und agieren kann. Ja, und ich merke, ich brauche ja auch mehr Holz. Ich denke, es wird Zeit, noch ein bisschen danach zu ziehen. Die Holzproduktion. Ähm... Eins, zwei, drei, vier. Sei gegrüßt. So, hier setze ich noch schon mal nochmal einmal hin. Das ist auf jeden Fall drin. Okay. So, dich rüst dich auf. Ich hätte gerne noch einen Holzfäller. Kriegen wir das hin? Ich setze mal hier noch einen. Da muss ich das Markthaupthaus auf jeden Fall auch aufrüsten. Ah, verdammt. Welcher? Wir haben zu viele Werkzeuge, oder was? Nein. Du schaffst es nicht, die abzuholen. Dann rüste ich auch dich auf. Glasmacherei läuft jetzt. Die hat dich ja etwas verspätet gesetzt. Habe ich keine Aufstiegs... Ich habe keine Aufstiegsrechte mehr. Ich verstehe. Hier könnte ich noch ein paar Bürger aufsteigen lassen. Mach ich es aber erstmal nicht. Ihr könnt gerne wieder auf hellgrün. Und damit sind wir auch wieder über 1200. Ja, wir haben uns ja jetzt noch mal ordentlich ein Drittel noch mal herangesetzt an Häusern. So, werdet ihr denn ausgebessert? Ja. Da ist eigentlich ein Handwerker. Die habe ich ja auch eingesetzt. Ne, den hier. Der müsste die also jetzt auch ausbessern. Gut. Bist du mittlerweile bei ISAI angekommen? Sehr schön. So, jetzt aber die Farbstoffe. Und dann kann es mit der Indigo-Produktion ausgehen. Ich werde wahrscheinlich das große Schiff, was ich gerade in Auftrag gegeben habe, doch gleich wieder hier für die Handelsroute brauchen. Das war meins genau. Ja, das werde ich gleich für die Handelsroute brauchen. Und ich brauche mehr Holz. Ähm, ich kaufe jetzt hier mal ein bisschen Holz ein. Obwohl es die Budget-Situation fast nicht zulässt. Das habe ich auch auf Verkauf hier noch gestellt. Das geht natürlich nicht. Ein bisschen mehr Holz hätte ich gerne. Das sieht alles gut aus, aber es sieht so aus, als wären zu viele Schweinehäute. Jetzt müsste ich hier mehr Schweinehäute einstellen. Ja, du kannst... Ja, ja, das ist alles leider voll. So. Nimm mal 80 pro Tour mit. Reicht das? Genau. Zwei, fünf. Wunderbar. Ja, und ich hoffe natürlich, dass die... Getreide und Kräuter komplett... Ja, das müssten die eigentlich schaffen, die zwei großen Schiffe. Okay, nicht vergessen, hier das Bier noch weiter auszubauen. Ähm. Ich nehme die jetzt auf. Das gibt uns wieder ein paar mehr Aufstiegsrechte. Dann nehmt doch endlich etwas, bevor hier alles den Bach hinunter geht. Warte ich denn, die Aufdachlesung... Ach, hier. Ja, die haben noch Platz. Die haben noch Platz. Aber ich würde die gerne natürlich hier mal aus dem Stadtzentrum an die Peripherie setzen. Die brauchen auch eine Kirche. Beziehungsweise eine Kapelle. Ich hau das Bettler-Haus mal hier hinten hin. Warum geht das nicht? Hier geht's. So. Ah, das kommt weg. Ja, ich hab ja schon einen Ersatz gebaut. Da können wir uns ja gleich aus der Stadt werfen. So. Ich lass dich auch aufsteigen. Ja. Okay. Da können wir uns ja gleich aus der Stadt werfen. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschwind. Oh, das ist nicht gut. Der ist zu langsam unterwegs, weil er beschädigt ist. Deswegen lass ich den jetzt hier mal kurz pausieren. Der soll mal erstmal wieder ein bisschen Vorsprung gewinnen. Und das heißt für mich, ich muss ja jetzt definitiv mal einen Reparaturkran bauen. Das ist mehr als überfällig. Ähm. Wie machen wir das? Ich glaube, ich hätte das hier doch gern nochmal ein bisschen anders gebaut. Ihr habt mich doch nicht etwa für einen Versage gehalten? Nein. Dich doch nicht, Guy. Machen wir das so? Ich würde sagen, ich baue mal zwei. Ich baue einen hier. Und einen hier. Okay, so soll es erstmal reichen. So, du wirst Route 3. Das heißt Farbstoffe. Die Neptun ist auch angekommen. Das heißt jetzt hier für uns, wir bringen die Saat aus. Ist schon passiert, oder? Oder? Alles klar. Okay, dann viermal Indigo, bitte. Ähm. Das war bei den Nomaden. Genau. Drei weitere brauche ich. So. Und ich baue mal erstmal eine Produktionskette, denn ich glaube, so viele Bücher werden wir nicht brauchen. Ich weiß nicht, wie da das Konsumverhalten ist. Ähm. Ich baue jetzt erstmal eine Produktionskette aus viermal Indigo-Plantage, ähm, eine Druckerei und vier Bücher, ne, also vier Bücherpressen, einmal Papier, zwei Bücherpressen, eine Papiermühle, viermal Indigo. Und, äh, guck mir das mal an, ob das reicht. Hm. So. Indigo. Und ich hätte gerne hier sozusagen die Gewürzproduktion, äh, von der, von meiner Nomadeninsel, von meiner Orientinsel. Die werde ich hierhin auslagern. Ähm. So, aber eins nach dem anderen. Jetzt wollen wir erstmal die Adeligen haben. Und, äh, sämtliche Bauoptionen. Okay. Ich hoffe, das reicht so. Dann widme ich, widme ich mich jetzt mal der Handelsroute. Das wird die Route Nummer drei. Hoffentlich war das keine schlechte Idee, die, ähm, einfach mit Zahlen zu benennen. Nee, Moment. Ähm, du fährst nach hier unten. Und lädst dort bitte Indigo ein. Alles, was da. Also zweimal müsste eigentlich reichen. Und bei unserer Hauptinsel lädst du die ganze Geschichte wieder aus. So. Und das macht unser Route drei Schiff. Auch ein großes Handelsschiff. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Ah, der hat uns was angeliefert. Der hat uns aber auch was abgekauft. Ähm, ja, danke. Und das nenne ich jetzt erstmal um. Indigo. Indigo. Zack. So, Neptun. Du bitte sofort wieder zurück. Ich brauche dich, um agieren zu können. Schaffst du das hier alles mit dem Abtransport? Oh, Mensch. Hier sind 100 Ziegel. Ich muss natürlich jetzt hier wieder einstellen, dass, ähm, die Ziegel bitte auch wieder aufgeladen werden. Übrigens muss ich auch mein Schiff hier wieder losschicken. Fällt mir gerade ein. Moment. Du kannst dich wieder auf den Weg machen. Die durften ja gar nicht mit voller Produktivität hier arbeiten, ne? Die Lederwämms-Dinger. Ja, siehst du, die haben auch nur 56 Prozent. Aber warum? Eigentlich müssten sie zu wenig Lederwämmse haben. Er hat zu wenig Leder-Tierhäute. Das sieht fast so aus, als hätten sie zu wenig Salz, ne? Das ist ja merkwürdig. Also, ich habe mir gemerkt, zwei Salinen können... Eine Saline kann zwei Leder-Dingster-Boomsters auslasten. Das scheint so nicht hinzuhauen. Da irre ich mich. Die haben kein Salz. Die haben auch kein Salz. Hm. Ich werde es sehr genau... Vielleicht baue ich auch einfach mal noch eine Saline. Ähm, ich baue die jetzt einfach mal provisorisch noch. Und der schafft das nicht mehr, ne? Nee, der schafft das nicht mehr. Eigentlich müsste der Werkzeugmacher sich doch das alles automatisch hier abholen. Nee, komm. Ja, achso, weil der Werkzeugmacher ist voll, weil... Der nicht mehr abgeholt wird. Und deswegen, ähm... Ich kann doch auch die Abholung hier irgendwie... Sperren, oder? War das nicht so? Ich bin der Meinung, man konnte irgendwie... Sperren, dass die nicht abgeholt werden. Ich habe dazu mehr Einfluss gelangt. Hoffentlich nicht in meiner. Nein. Hm. Nee, dann baue ich jetzt hier erstmal noch ein Markthaupthaus hin. Zack. Und sofort Maximum. Und ich hätte gerne eine weitere Saline. Ob das jetzt so sinnvoll ist? Ich habe ja eigentlich sowieso genug Lederwämmse, ne? Ob die jetzt... Aber Bier. Bier bräuchte ich. Und dafür bräuchte ich Neptun. Hm. Zack. Was sagen die Vorräte? Most geht ganz deutlich hoch. Ja, also da... Habe ich genug ausgebaut. Leinkutten scheinen auch noch in Ordnung zu sein. Gewürze könnten jetzt vielleicht knapp werden. Oh ja. Oh ja. Eieiei, da muss ich jetzt sofort nachziehen. Und ich mache jetzt mal folgendes. Ich baue jetzt hier auch schon mal... Ich baue jetzt nur noch hier Gewürze. Ich will es ja sowieso auslagern. Außerdem habe ich auf dem großen Schiff... ...auch noch ein bisschen Transportkapazitäten. Da muss ich jetzt die anderen Kleinschiffe... ...die andere Gewürzinsel abdecken. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein Unwesen. Nicht ersetzen. Und sparen wir sozusagen jetzt ein bisschen Investitionen. Ähm... Das war das normale Muster, ne? Genau. Viermal. Ja, da baue ich jetzt gleich mal... ...mindestens vier Stück, würde ich sagen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Oh, und die Einnahmen gehen runter. Da habe ich gerade schon richtig Probleme, anscheinend. Da habe ich verpennt. Ich hätte schneller Gewürze nachziehen müssen. Das habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen verpennt. Aber ich habe ja hier Gott sei Dank... ...genug Rohstoffen... ...Rohstoffe... ...um ordentlich Plantagen setzen zu können. Vielleicht baue ich sogar sechs. Zwei ihrer Mitspieler befinden sich im Krieg miteinander. Und gehe da ganz deutlich auf Nummer sicher. Aber Gewürz ist natürlich... ...das trifft natürlich auch unsere... ...Patrizia. Wenn die nicht mehr beliefert werden. Ja, ich bin jetzt schon bei 500 wieder... ...von den Einnahmen. Das ist natürlich jetzt dadurch, dass ich wieder ganz viele Bürger hochgeklickt habe. Also Bauern zu Bürgern hochgeklickt habe. Du kriegst einen weiteren Marktkahn... ...und ich würde gerne meine Beziehung wieder ein bisschen verbessern. Sag, was du zu sagen hast. Nein, nein. Sehr gut. Nicht ich bin stark. Auch sehr gut. Ja. Ja, man muss auch mal Erfolg haben. Bau mal bitte noch zwei weitere. Ähm. Zwei weitere Felder. Ja, selbstverständlich, Guy. Ich könnte Berater bei Hofe werden. Ja, sehr... Mindestens. Mindestens. Nein, nein. Nicht ich bin stark. Es ist Gott, der mich stark sein lässt. Ich hoffe, die Warenhäuser können die Mengen hier fassen. Damit müsste meine Gewürzproduktion jetzt... ...danns nach meinem Geschmack. Ach, scheiße. Ich habe kein Geld mehr. Damit müsste eigentlich die Gewürzproduktion jetzt auch abgedeckt sein. Eieiei. Okay, ich... ...werde natürlich auch hier die Gewürze hinzufügen. Müsste bitte auch 80 Tonnen mit, das... Der ist natürlich jetzt schon auf dem Rückweg, aber wenn er das nächste Mal fährt... ...dann habe ich hier schon eine kleine Gewürzreserve angespart. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Dann müssten wir auch dieses kleine Tal durchfahren haben. Okay, das reicht, das Haupthaus. Das müsst ihr ja alleine schaffen. Okay, hier bin ich erstmal zufrieden. Möglicherweise muss ich hier ein paar Lagerhäuser bauen. Das werde ich im Auge behalten. Ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen. So, und hier brauche ich jetzt tatsächlich erstmal... ...jede Menge Holz... ...für meine Bierinsel, um die Bierproduktion auch auszubauen. Nimm mal gleich noch ein bisschen Werkzeuge mit. Und ein paar Steine können auch nicht schaden. So. Habe ich denn hier die Belieferung eingestellt? Nee, habe ich nicht. Kann ich mir jetzt auch gerade gar nicht leisten. Was sagen denn meine Bürger? Die sind noch zufrieden. Die sind auch noch einigermaßen zufrieden. Vielleicht haben die auch gerade eine Gewürzlieferung bekommen. Aber das ist schon wieder bei Null. Mir fehlt gerade auch die Kohle, um... ...um, ähm... ...an der Buchproduktion weiterzuarbeiten. Jetzt habe ich schon wieder 600 verloren. So, was kommt da? Warum hat der bloß zwei Gewürze dabei? Das verstehe ich nicht. Ich bin ein Trottel. Ich weiß warum. Die Noria. Ach, Mensch. Ich hatte vergessen, die Noria wieder aufzufüllen. Und jetzt habe ich keine Kohle dafür. Oh, das ist bitter. Okay, dann habe ich jetzt wenigstens, ähm... ...Gewürz... ...genug Gewürzproduktion für eine ganze Weile. Ähm... Meine Antwort darauf ist, ich baue weitere Bauernhäuser. Damit bekomme ich auch wieder Aufstiegsrechte. Okay. Ich brauche ganz schnell 1000 Gold, damit die Gewürzproduktion wieder anläuft. Mensch, da habe ich jetzt aber echt gepennt. So, und das scheint zu reichen. Zwei, wenn wir jeweils 80 Tonnen einstellen. Was sagen hier... ...schaffen das die Lagerhäuser hier? Das sieht gut aus. Hm... Ja, die haben auch einen guten Abstand jetzt. Ähm... Wurde das Boot jetzt schon repariert? Leider noch nicht. Du müsstest dich hier mal kurz ranstellen und dich reparieren lassen. Ähm... Ich fahre mal bitte hier kurz ran. 1000 Gold brauche ich schnell. Na gut, dann kann ich wenigstens schon mal ein bisschen Indigo ansammeln. Ähm... Und dann sofort auch mit der Bücherproduktion beginnen. Sobald die... Sobald die erste Indigo-Lieferung kommt. Da, wunderbar. Komm, 800. Bitte, ich... Das wäre natürlich jetzt ganz schlecht, wenn... ...irgendjemand jetzt wieder mir was verkauft. Schnell, schnell, schnell. Ja, das habe ich versäumt. Ich kann mich erinnern, dass ich... ...am Ende der letzten Folge noch eine Nachricht bekommen habe. Dass die Noria leer ist. Ja, auf was man nicht alles achten muss. Die müssen das... Aber hast du denn wenigstens Quarz dabei gehabt? Indigo wurde gelöscht. Gewürze 1, Gewürze 2. So, du wurdest wieder repariert. Na, fast. Okay, jetzt kannst du dich wieder auf den... ...auf den Weg machen. Ähm... Ja, die Einnahmen steigen auf jeden Fall wieder. Schafft ihr das denn mit den Lagerhäusern? Oder... Ich glaube, ich muss noch ein paar Lagerhäuser bauen. Ähm... 800 mal wieder. Fehlen die Einnahmen. Und ohne Bierproduktion kann ich natürlich auch die Patricia nicht aufsteigen lassen. Das heißt, das bringt mir jetzt auch gar nichts, die Bücherproduktion zu bauen. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, dass ihr euch hiermit befasst. Das mache ich gerne. Der will, dass ich irgendwas liefere. Ich kann auch gerade die Münzen gebrauchen. Ähm... Habe ich das Zeug schon abge... Dann lösche ich mal schnell meine Ladung und fahre zu Richard. So. Ich brauche Ascher. Ich brauche Kohle. Moneten. Das muss ich abholen, okay. Ah, ist mein Konkurrenzschiff, verstehe. Ähm... Dann bauen wir hier erstmal zumindest schon mal ein weiteres... Ähm... Eine weitere Weizenfarm. Dann kann ich nämlich schon mal... Eine weitere Brauerei setzen. Vier. Das wäre doch schon mal was. Achso, da fehlt mir der Einfluss. Zack. Ne, jetzt habe ich, ähm... Ich hatte hier bloß eine gesetzt und jetzt kann ich auch eine weitere Brauerei setzen. Das mache ich schon mal. Verlier dich nicht, sonst tut es wirklich weh. Ich habe das... Ich habe die Kohle gerade nicht, Mensch. Hassan. My Buddy. Gib mir noch einen kleinen Aufschub. Ich habe die Kohle nicht, Mann. Deine Schuld ist abgelaufen. Und ich habe noch keine Waffenindustrie, noch gar nichts. Ich habe auch gerade genug auf Reserve, damit die Brauerei schon mal loslegen kann. Einnahmen, Einnahmen, Einnahmen. Wahrscheinlich immer... Ja, es muss immer noch an den Gewürzen liegen. Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen Geld. Dann setze ich... Baue ich jetzt erstmal die Bierproduktion weiter. Das ist der... Jetzt der logische Schritt. Richtung Adliger. So, und weitere Kräuterproduktionen brauche ich. Das heißt, ich setze hier oben noch was hin. Hier habe ich noch ein bisschen Platz. Oder? Ne, scheiße. Ich glaube, da reicht der Platz nicht aus. Hm, ist ein bisschen eng. Was brauche ich denn da für eine Breite? Eine 6er Breite brauche ich. Was habe ich für eine Breite? Doch, ich habe eine 6er Breite. Okay, dann muss ich jetzt mal ein bisschen von meinem Muster abweichen. Ein gutes Geschäft. Oder? Ne. Ach, verdammt. Ja, da ist mir gerade wieder das Spiel abgestürzt nach dem Autosave. Wieder das letzte Mal. Nicht so schlimm, aber ich wollte mich noch von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, um auch keine Anno-Inhalte mehr zu verpassen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.